Matteo Salvini, 1973 in Mailand geboren, hat die Lega Nord von einer Regionalpartei, die für die Unabhängigkeit von Padanien kämpfte, in eine nationalistische Partei für ganz Italien verwandelt. Im Europaparlament sitzt der EU-Gegner Salvini in einer Fraktion mit Marine Le Pen und Gert Wilders. Der Studienabbrecher, der einige Zeit als Journalist gearbeitet hat, träumt davon, der nächste Ministerpräsident zu werden. Oder zumindest die entscheidende Figur der italienischen Rechten. Schließlich ist der weniger radikale Silvio Berlusconi fast doppelt so alt wie Salvini. Gerne verweist der Katholik auf seine Kindheit bei den Pfadfindern. Salvini ist geschieden, hat zwei Kinder und trägt gern T-Shirts mit provokanten Aufschriften wie Stopp die Invasion oder Unsere Armen zuerst. Sein Hauptthema ist der Kampf gegen die Migration. Mit seinem Anti-Flüchtlingskurs und dem Slogan Prima i Italiani funkte Salvini auch in Süditalien. Heute hetzt er weniger auf die Regierenden, die er einst Räuber aus Rom nannte, sondern schimpft lieber auf die EU. Wie Marine Le Pen sucht Rechtspopulist Matteo Salvini die Nähe zu Moskau. Bisher hat er Wladimir Putin noch nicht getroffen, aber seine Anhänger haben schon mal Salvini Premier auf die Fahnen geschrieben.